Jo Leute, was geht ab und willkommen zu einer neuen Folge vom Twainzimworld 4. Heute befinden wir uns auf der Strecke München-Augsburg und fahren eine BRB 67 nach Augsburg-Oberhausen und stehen hier gerade in Mering. Ja, der Zug hat gestartet aber in Weilheim in Oberbayern und kam dann in Diesten vorbei. Riedrau, Schoendorf bei Bayern, Geltendorf, das ist der einzige Halt von den ganzen genannten gerade, den ich kenne, Geltendorf S4. Ja, Ekling und Märching, kenne ich auch vom Namen, aber war ich persönlich noch nie. Und ja, jetzt stehen wir hier in Mering und warten noch auf unsere Abfahrt, dann steigen wir auch erstmal ein. Bevor wir einsteigen, wir fahren mit einem wunderschönen Repane von der Nordwestbahn. Ich dachte mir, das passt am besten gerade zu der Strecke und zum Linienlauf. So, ja, dann müssen wir hier noch alles aufrüsten. Okay, was heißt alles? Eigentlich ist alles aufgerüstet, nur Scheibenwächer und die Türfreigabe. So, links einmal ein Triegel. Scheibenwächer, wo ging die nochmal an? Ich mache einfach so. Okay, so stark regnet es, äh, schneit es jetzt auch nicht. Ja, und wir fahren beim leichten Schnee, ähm, gerade weil wir uns auch im Oktober befinden und es so langsam, aber auch gut, äh, zur Winterzeit kommt und es kalt ist und das ist ein guter Einstieg. Gerade dazu passen die Vibes auch. Ja, dann gucken wir mal raus in unseren Zug, beziehungsweise um unseren Zug. Eigentlich wollte ich in dreifachte Aktion fahren, aber vom Bahnsteig her passt es nicht. Hier ist auch die Harttafel, wo man eigentlich halten sollte. Nur dachte ich mir, hier passt kein einziger Mensch durch. Deswegen, am besten etwas weiter zurück. Und wie man auch merkt, ist es relativ knapp mit unserer Doppeltraktion. Und auch das Maximalste, was wir hier auf der Strecke, glaube ich, fahren können. Also, würden wir auf dem anderen gleich stehen, denke ich mal, würde eine Dreifachtraktion passen. Aber, gerade zu RB67, äh, genügend eine Doppeltraktion. Ja. Zu der Linie und zu den Fahrzeugen, die dort verkehren, kommen wir gleich. Wir müssen hier erstmal unsere Strecke stellen. So. Und, ich habe gemerkt, in der letzten Folge, das ist auch geil anzusehen. Einfach mal hier den Streckenplan zu schauen. Und, hier, warte, auf welchen gleich befinden wir denn uns? 5. Das heißt, 6, 5, 4, 3, 2, warte. 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1, okay. 1 und 2 sind die Gleise des Fernverkehrs. Wir fahren also von Gleis 5 in Richtung Augsburg. Das ist eine knappe Strecke. Nur weiß ich nicht, an welchem Gleis der Zug abfährt in Augsburg. Augsburg. Da steht gerade nichts. Ich denke mal, weil das auch variieren kann, finden wir uns einfach mal einen schönen Bahncheck aus. Hier so ein bisschen. Ja. Hier sind Fernverkehrsgleise. Dann denke ich mal, hier ist es gar nicht mal so schlecht. Ja, Augsburg. Gleis 5 passt. Oh, wir haben schon Abfahrtzeit. Um 20, dann gucken wir schon mal raus. Jetzt haben wir eine Minute Verspätung. So, dann machen wir mal das Fenster zu. Ja, wir halten an allen unterwegs Bahnhöfen. Meerring, St. Arthur, Kissing, Augsburg, Hochzoll. Da muss ich kurz gucken, wie schnell die Geschwindigkeit hier ist. War das 60 oder 80? Okay, 60. Ähm, Augsburg-Hochzoll. Augsburg-Hauenstädter-Straße und am Augsburger Hauptbahnhof. So, dann befreien wir uns hier mal vom Startprogramm. Der PZB. Und wir müssten hier auch... Oh, das habe ich nicht gemerkt. Das ist ärgerlich. Weil wir müssen hier rüber ins Geg... Sonst fahren wir im Gegengleis. Wir müssen hier rüber. Tut mir leid, Leute. Das ist jetzt mein Fehler gewesen. Das war jetzt mein Fehler. Tut mir leid. So, jetzt ist das gleich so aufgestellt. Gut. Ah. Jetzt fahren wir hier weiterhin rückwärts. Das müsste doch jetzt vorwärts sein, oder nicht? Okay. Ja, scheiße. Naja, egal. Das stört uns weiterhin nicht daran, hier die schöne Erbe in Richtung Augsburg zu fahren. Hm. Das ist immerhin das Problem, wenn man sein eigener Fahrdienstleiter ist. Was wollte ich jetzt hier machen? Das brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht mehr. Wir fahren hier nämlich in den Nebel rein. Ich müsste auch die ganze Zeit gucken, wo die Stationen alle sind. Weil ich hier noch nicht so krass streckenkündig bin. Beziehungsweise das letzte Mal, als ich hier gefahren bin, das war vor Jahren. Und das ist auch der Grund, warum ich gerade auf der Strecke fahren möchte. Weil, meiner Meinung nach, ist die Strecke, wie die Strecke Rhein-Ruhr-Osten, total underrated. Und ich weiß nicht, warum die so vom Licht getreten sind. Ja, okay, es kam Kasse Würzburg und weitere neue Strecken. Aber, durch den Sandbox-Modus haben wir hier Möglichkeiten, die es davor nicht gab. Zum Beispiel hier den RBs einzusetzen. Da muss ich mich kurz konzentrieren. Weil ich auch ein bisschen einschätzen muss, wo wir ungefähr halten. Ja, ich glaube hier rechts an der Tafel passt relativ gut. Gut, das ist jetzt spekuliert, ne? Mehring St. Ava. Ja, haben zwei Minuten Verspätung. Gerade auch wegen der Fehlleitung, sage ich jetzt mal. Gucken wir mal hinten, wie wir drinstehen. Das ist gut. Fahren wir die Verspätung raus. Dann machen wir wieder zu. Ja, wo waren wir? Ja, gerade weil die Strecke München-Augsburg so viele Möglichkeiten anbietet, vor allem in der Strampfstrecke, durch den Sandbox-Modus, können wir da 423er einsetzen, dreifach Traktionen, Kurzzüge und die anderen Linien alle fahren. S8, S6, S2, S1, so. Oder auch S7 zum Teil, wie ich letztens. Ja, und würde der TG einfach mal so geil sein und daran arbeiten, hier wirklich alle Linien auf der Strecke, die es gibt, irgendwie so großzügig wie möglich aufzufüllen. Meine Güte, der kann hier auf der RB67 anstatt 622er ein, ja, 4, wie heißt der nochmal, 4024 von der ÖBB fahren, mit einem anderen Repaint, wie zum Beispiel jetzt von der Note Westbahn. Das kriegt man alles hin. Oder auch, ähm, vom, oder auch der 4024 kann auch einfach das Sweepaint von der Bayerischen Regio-Bahn kriegen. Und dann ist das auch gegessen, so. Dann hat man das hier auch aufgefüllt. Jetzt muss ich gucken, wo unser nächster Halt ist, ob ich da Strecken geschwindig, ja, okay, gut. Ist nicht weit, aber gerade um die Verspätung rauszudüsen, gehen wir hier mal auf die 120, 110, reichen. Nächste Station, Kissing. Aufstieg in Fahrtrichtung links. Ja, ich bin nicht streckenkündig und dann kommt hier auch noch Nebel, das ist geil. Ja, ich habe es gerade schon angesprochen, die Linie verkehrt eigentlich mit 620, also mit der Baureihe 620 oder auch mit der Baureihe 622. Also auf jeden Fall mit einem Diesel. Ja, das fackt mich auch ein bisschen ab an dem Zug, dass er immer bei den letzten Geschwindigkeiten ab 7 kmh abwärts anfängt zu schleudern. Ja, also ich fahre zum ersten Mal, sonst ist das ja immer so, ich fahre die Strecken privat, teste die und ja, und dann nehme ich die auf, theoretisch auf eine neue Fahrt. Ja, aber diesmal ist es so, ich dachte mir, okay, deswegen habe ich auch gerade die Weiche nicht gestellt. Ähm, ja, ich dachte mir, spontan ist viel besser, als wenn ich das schon mal gefahren bin, weil dann ist das gerade auch für mich neu und interessant. Ja, ich weiß gar nicht, ob ab Meering die Strecke elektrifiziert ist, noch elektrifiziert, weil 620er fahren glaube ich auf nicht elektrifizierten Strecken, ähm, sind ja auch diese Züge, die können das, deswegen bin ich mir da gar nicht mal so unsicher. Und den Schreckenverlauf kenne ich auch mal gar nicht so krass. Ich weiß nur, dass der Zug in Geltendorf vorbeikommt, weil ich das auch gerade gelesen habe und Geltendorf sagt auch was für mich. Okay, der nächste halt ist dann Augsburg-Hauenstädter Straße. Echt? Warte, da muss ich, da muss ich gerade was gucken. Kissing. Ah nein, Augsburg-Hochzeug ist das, okay. Habe ich mich verwechselt. Ja, da fahren wir mal Streckengeschwindigkeit 140. Äh, Fahrzeuggeschwindigkeit. Eigentlich dürfte man hier glaube ich 160. Aber der ÖBB 4024 kann ja nur 140. Ja, das ist auch ein merkwürdiges Wetter. Dann gucken wir mal, ob wir hier mal ein Foto hinkriegen. Uah. dann wollen wir mal weiter dann tun wir mal ein bisschen unsere verspätung ausfahren indem wir hier ein bisschen an der geschwindigkeit halten da war auch die ich glaube das ist ein 3v gewesen für die 150 ja wir müssten eigentlich augsburg an der nächsten station müssten wir eigentlich um 13 uhr 30 ankommen und abfahrt ist dort um 13 und 31 ja gut wir haben gute drei minuten verspätung schöne weichen schöne gleis geräusche brennen wir ein bisschen stärker und ich sage euch ehrlich dass ich die strecke nicht test gefahren bin mich überreicht das manchmal auch so wenn die bremsung eigentlich gar nicht mal so schlecht ist dafür dass ich nicht so oft hier fahre das ist einfach diese dieser spaß an bahn fahren und auch schon ein bisschen die erfahrung die man gesammelt hat auf den anderen strecken dann halten wir mal hier okay wir haben jetzt zwei minuten verspätung nur noch die wollen wir auch mal halten dann halte ich mal hier an am sandstreuer kasten an denen kann man sich relativ gut orientieren augsburg hochzolle alles klar ja ich spiele auf der ps4 das heißt es gibt es auch keine mods oder etc für die strecke deswegen und demnach kommt auch hier gar kein gegenzug entgegen nicht dass ihr euch wundert vielleicht mal ein ic gleich auf der rechten seite werden wir glück haben ok jetzt haben wir unsere verspätung von drei minuten auf zwei minuten runter gesetzt versuchen wir das noch mal auf der anderen äh zu anderen station komplett weg zu kriegen und ich sehe da gerade an der nächsten station haben wir vier minuten aufenthaltszeit das heißt jetzt nur noch zwei minuten und wir haben die verspätung dann rausgefahren aber das ist auch geil dann brauchen dann brauchen wir auch gar nicht mal so großartig zu beschleunigen ich denke mal 100 reicht also nächste station augsburg haunutter straße haunutter ich sage das immer so haunutter haunutter straße auf jeden fall ist da dort die ankunft seit 34 abfahrt 38 also 13 34 13 38 so damit ihr den fahrplan auch ein bisschen im blick habt ja nächste station augsburg haunstädter straße aufstieg in fahrtrichtung links die ankündigung für 100 ja das wetter hat sich gebettet gebessert habt ihr es gemerkt endlich klarer himmel dann wollen wir schon mal ein weil ich sehe den bahnhof da glaube ich auch schon ich glaube wir sind relativ spät dran mit dem remsen aber nein es geht Leute jetzt muss ich aber auch ehrlich sagen das gibt mir gerade richtig krasse vibes einfach so wisst ihr woran ich gerade denke damals als ich bei meinen verwandten war in der niederlande hatten wir genauso ein wetter und und das feiere ich auch immer am tsw wenn du so einfach ganz normal bahn fährst und dann einfach vibes kriegst das ist das geile an bahnfahren im train zum world also dann bremmen sie immer ein und wir hätten die verspätung hätten wir die höchstgeschwindigkeit die ausgefahren auch auf eine minute reduziert wie halten wir hier am besten vorne ist ein ausgang hier hinten ist ein ausgang naja dann bleiben wir leicht in der bremse ah hier sind auch sand seht ihr hier die sandkanister das heißt wir halten hier im hinteren bahnungszeil hier vorne an der nächsten sandbox und dann können wir uns ein bisschen orientieren so daran können wir uns ein bisschen orientieren es ist lange her dass ich die strecke gefahren bin oh sind das geile vibes leute tun mir leid aber das sieht gerade so geil aus vom kontrast her ist das geil und soweit ich weiß fährt hier auch eine bayerische regiobahn und die biegt dann die fährt dann hier auf dem ferngleisen und ja wie nennt man das denn nochmal schert dann hier aus genau die fährt auf dem ferngleisen und schert dann dort aus so augsburg hoch soll ja und dann keine ahnung wohin das geht habe ich auch schon mal überlegt zu fahren so wir haben abfahrt in einer minute sind wieder pünktlich ach ist das ein geiles gefühl und wo sieht das geil aus schön mit den zwei schutzvorlagen ich denke auf wir stehen mittig am bahnsteig hier ungefähr ein stückchen zu laufen und vorne ja gut aber wenn ich gerade mal so schaue ja hier geht es eher zur wohnsiedlung und hier im friedhof oh mein gott mein beileid an alle verstorbenen und hier hinten geht es so ja das gibt mir so weibst leichte Innenstadt und Prozent auch Autobahnzufahrt und sowas in der Nähe ja ich denke mal beide aus gängig sind hoch besucht dann gucken wir mal raus ja ankunftszeit in augsburg hauptbahnhof ist um 31 äh 31 13 uhr 41 ich guck mal welche bahn nach augsburg hoch soll fährt und dann dort abzweigt weil vielleicht fahren wir die dann direkt hier bestätigen wir einmal das vorsignal den vorsignal wiederholer und das machen wir jetzt mit allen anderen auch hier können wir uns leider nicht befreien bei uns ein vr 0 erwartet auch das bestätigen wir bestätigen keine magneten sondern signale auch hier dann haben wir hier die 60 auch die bestätigen wir nächste station augsburg hauptbahnhof umsteigemöglichkeit zum regional und fernverkehr es besteht übergang zur stadtbahn next stop augsburg main station change here for the original and long distance trains bitte denken sie beim verlassen des zuges darauf ihre persönlichen wertgegenstände mitzunehmen vielen dank aufstieg in fahrtrichtung rechts please think about your belonging before leaving the train exit on the left on the direction of travel da musste ich mich kurz auf englisch korrigieren der aufstieg ist nämlich in fahrtrichtung links allein doch rechts ok exit to the right in the direction of travel und da ist auch der gegenzug einer von wenigen also dann bremten wir leicht ein bei uns erwartet hier gleich nämlich ein 500er aber wir halten jemand an vorsignal demnach können wir das ist schlecht naja egal immerhin angekommen sind war weil ich erkläre euch mal warum wir hier halten weil wenn der zug hier steht und gerade weil auch hinten ein ausgang noch ist und das dann umso perfekter wäre seht ihr hier ungefähr wo der punkt ist ja da wäre noch ein ausgang wenn wir ein stück hinten hinten ein stück weiter hinten gehalten also ungefähr hier hätten wir das signal einsehen können und die fahrgäste hätten sich paar meter gespart aber ist jetzt auch nicht so gravierend so ja ich sehe gerade es fährt ein zug um 45 in richtung augsburg hochzoll das ist die brb rb 13 nach ingolstadt mal sehen wie die fährt augsburg hauen nuta straße bitte entschuldigt mich wenn ich das falsch ausspreche augsburg hochzoll auf gleich 5 und dann vergleiche ich das mal mit den anderen mit der anderen brb augsburg hauen nuta straße auf gleich 4 und jetzt gucke ich nochmal hier auf die rb 13 ja gleich zwei ja das ist der ok dann wenn wir den zug einmal und dann fahren wir mal hier hin ich hoffe nicht dass das da abstürzen wird dafür müsste ich aber mit der kamera vorfliegen ja das könnte aber ewig dauern ja gut für euch zum content und für meine erfahrung machen wir das jetzt einfach mal weil es könnte nämlich auch sein dass das spiel dort abstürzen wird also heißt sie haben den spielbereich verlassen diese ja dann was hatten wir hier denn noch das hat sich hier rausgenommen ja dann halte ich mal kurz meine fresse weil sonst vergesse ich noch was ich hier alles machen möchte bitte ja 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 Wenn du... die tüte pzp und sie fahren ja dann machen wir das einfach mal wir fahren jetzt die rb 13 in richtung ingolstadt und müssen uns jetzt unser signal setzen hinter dem ic glaube ich ja gerade auch rausgefahren ist und dann ja dann setzen wir uns hier die markierung kein gold kein gütiger ort kein gütiger ort das heißt wir kommen da nicht mal hin auch kein gütiger ort naja okay dann können wir uns das ja auch sparen aber ich würde gern mal diesen bahnjack hier austesten ja gerade weil man den so auch nicht bedienen kann das heißt wir waren jetzt eine station rb 13 wir haben sind auch fast pünktlich jetzt genau jetzt haben wir eine minute gekriegt ja wie gesagt das sieht hier einfach nur leer aus und dabei haben wir so viele fahrzeuge die wir hier auffüllen könnten es reicht auch schon wenn hier ein talent fährt für die er für den r19 r19 für den r9 so jetzt habe ich mich befreit kann sein dass ich eine zwange kriege weil das signal defekt ist und nicht das richtige anzeigt mal sehen ob ich recht habe oder nicht okay ich habe nichts gesagt ausfahrt mit 60 meine damen und herrn ich begrüße sie ganz herzlich in der bayerischen regelbahn auf der fahrt nach ingolstadt wir wünschen ihnen eine angenehme fahrt nächste station augsburg haunstädter straße ausstieg in fahrrad richtung links so ankunftszeit ist der 47 und abfahrtzeit 48 mal gucken ob wir unsere leichte verspätung wieder raus fahren können ok da wollen wir mal leicht ein sonst verbrennen sie uns hier noch bestehen wir bestätigen wir mal das vr 0 und da fängt schon auch an wieder zu schneien hier kommen wir sogar in die lzb hat unser triebwagen leider nicht ich denke ich war einfach mal hier vor bis zur markierung und so hier hält die rb 13 jetzt muss ich noch mal gucken auf les 2 ja ist richtig ja das ist dann halt die rb 13 die hier dann richtung ingolstadt abzweigt wir gucken mal wir kommen ja safe bis irgendwo hier hin das heißt ich stelle einfach mal die rote so weit wie es geht sagen wir mal hier kein gültiger ort dort habe ich jetzt auch verstanden es geht mir nur um die reiche die müsste mir stellen sehr kritisch wir kommen hier nicht rüber wir würden hier nicht rüber kommen ja dann fahren wir einfach mal bis hier hin um uns das dann mit der kamera anzuschauen na gut wir hätten unsere verspätung gut rausgefahren aber durch die spekulation hier haben wir wieder eine minute verspätung das geht aber hier befreien wir uns aber wenn es geht gerade wenn es so lange dauert sich zu befreien würde ich mich auch wenn wir dann in der restriktiven überwachung sind nicht befreien weil es hat immer einen grund warum es länger dauert als sonst ok erst befreie ich mich wenn ich weiß dass ich dass es sicher ist demnach weil das jetzt ein hauptsignal ist was fahrzeug befreie ich mich weil wenn es ein hauptsignal ist was kein kein vorsignal darunter hat können wir uns zu 100 prozent sicher sein dass mitten auf der strecke ein vorsignal stehen wird ohne hauptsignal so wie es jetzt der fall sein wird demnach bestätigen wir hier das vorsignal und bleiben direkt unter der 80 lasse ein bisschen rollen und dann bremse bis 70 ab ich erkläre euch gleich warum weil wenn das jetzt ein verkürzt wird es nicht angezeigt wurde auch wenn das ein verkürzt wird auch wenn es nicht angezeigt wurde und wir sehen genau jetzt den 500er dann können wir noch eingreifen bei den 500er kann man mit maximal 65 anfahren versteht ihr wie ich meine? aber ist man auf der film ist man auf 75 hat man genau gerade hat man keine zeit irgendwie einzugreifen oder hat man es gibt eine reaktionszeit auf die reaktionszeit folgt dann die reaktionszeit bis man handelt und das sind in der regel zwei bis drei sekunden um gotteswind oder ja das ist in der regel zwei bis drei sekunden ja und in den zwei bis drei sekunden mit einer geschwindigkeit von 75 km h die stunde das sind schon ein paar meter und die meter reichen bis zum 500er das heißt demnach würdet ihr da eine zwang zu kriegen deswegen am besten immer auf 85 erstmal herunter beschleunigen wenn ihr noch platz etc dann auf die ja wenn ihr noch platz etc habt dann habt ihr halt noch platz aber nach ungefähr geschätzten 500 metern würde ich dann präferieren unter die 65 zu kommen oder auf diese auf die 70 zu reduzieren also dann können wir wir können uns unser signal unser signal sage ich wir können maximal bis hier stellen mal wie so Das heißt, er würde hier das Gleis wechseln. Und dann demnach dort in die Richtung. Ich will mal schauen, wie weit wir kommen mit der Kamera. Ja, demnach wäre hier Schluss. Und die würde es dann heißen, ja, wir haben den Bereich verlassen. Ja, die Gleise sind hier zwar inszeniert, aber wurden da nicht gebaut. Ja, okay. Dann würde ich auch sagen, habe ich euch genug von der Bayerischen Regiobahn gezeigt. Es wird noch auf jeden Fall etwas kommen zur Bayerischen Regiobahn. Aber das ist dann auch weiter in Richtung München und Haras. Also München Hauptbahnhof und Haras. Ja, seid da mal gespannt. Und hat mich gefreut, hier wieder für euch zu kommentieren, äh, kommentieren zu dürfen. Ähm, genau. Und, äh, wenn ihr dann Wünsche oder etc. habt, lasst mich das gerne wissen. Schreibt das in die Kommentare rein. Ich lese mir die gerne durch. Ähm, ja. Und gerade wenn ihr so Meinungen habt, dann schreibt die auch gerne in die Kommentare. Ähm, ich bin da offen mit euch zu diskutieren. Oder auch, äh, ja. Einen Austausch drüber stattfinden zu lassen. Demnach würde ich sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Euer Coldmatic. Tschüss.